Das ist echt eine traumhafte Skito, eine super Abfahrt. Also ich glaube, das wird ziemlich lässig. Glaubst du, dass es ein guter Schnee ist? Südseitig glaube ich nicht, aber notseitig geht es sicher gut. Zum Schluss müssen wir halt an einer Wildfütterung vorbei. Klingt eh ganz gut. Oder wie würdest du schon du, Stefan? Yeah! Wohoo! 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 Karin, das kann ja wohl nicht wahr sein, das Brot am Kopf, die Marmelade.